Ja, ein Zeuge entlarvt die letzte noch unklare Lüge und natürlich haben wir das dann auch sofort dem Verfassungsschutz zur Verfügung gestellt, sodass dann auch diese Aussage, diese Zeugenaussage auch nochmal dem Verfassungsschutz klar macht. Hier ist alles Verleumdung, Diffamierung, üble Nachrede, Unterstellungen, was auch immer. Also alles, hier ist eine Partei, die insofern kriminell ist, als dass das Ganze ja, ja, es ging ja hier von dieser, diesem Vorstandsmitglied hier, die hat ja quasi diese Hetzschrift übersandt. Und noch, wie kann man sagen, noch verschlimmert, indem sie so Dinge gesagt hat hier, wie wir möchten, also deshalb bitten wir dich, von diesen dubiosen Vereinigungen, also Next Scientists for Future und Weltrat sind gemeint, Abstand zu nehmen. Ja, also das ist eben der Hammer. Das heißt, sie, ein Vorstandsmitglied einer Partei, schreibt mit an einer Hetzschrift und der Landesvorsitzende deckt nachdäglich und unterstützt auch noch, also ein Vorsitzender dieser Partei unterstützt dann das auch noch. Und das ist eine Sache, da würde ich mir wünschen, dass das jetzt eben, wie ja vorhin schon berichtet, von den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung und vom Verfassungsschutz entsprechend verfolgt wird. Eine solche Partei darf es aus meiner Sicht nicht geben. Eine Partei, in der kriminelles Handeln, Verleumden geduldet wird, ist nicht tragbar. So, da zu den Lügen bezüglich Dr. W. schreibt er selber. Hallo Herr Dillen, zu den Bemerkungen betreffs meiner Person in der Nachricht von Finanzen at wir2020bayern.eu vom 25.02.21 kann ich nur feststellen, dass ich zu keinem Zeitpunkt zu dem Thema einer Teilnahme an den Gesprächen befragt wurde. Insofern entspricht die Äußerung, mir sei auf Nachfrage nicht bekannt, ein Interview mit der Gesprächsrunde gehabt zu haben, nicht der Wahrheit. Also hier, dieser Zeuge sagt auch nochmal, aha, alles Lüge. Ja, ist alles, was von wir2020 kommt, Lüge. Ich hatte dann ja auch gesprochen mit einem der Initiatoren von wir2020 und der sagt, die ganze wir2020 EU, also immer dieses Ende bei der Homepage-Namen immer EU, sei grundsätzlich eine Lüge gegenüber dem Wahlleiter und Bundeswahlleiter, weil die angeblichen Vorstandswahlen angeblich gesetzeswidrig durchgeführt worden seien, also nichtig sein und damit ist das quasi ein Scheine, die Leute, die da als Vorstände antreten, sind eigentlich nur eine Scheinpartei. Er hat sogar angedeutet, es kann sein, dass es sich nur um Scheinmitglieder handelt und dass eben das, was ursprünglich wir2020.de war, die echte Partei ist. Also die, die da sozusagen, weil die legal seien sozusagen und wir2020 EU sei insgesamt illegal. Muss man mal abwarten, was die Gerichte dazu sagen. Und dann schreibt Dr. W. noch, natürlich kann ich bestätigen, dass wir diese Gespräche geführt haben. Viele Grüße, C, W. Und damit ist auch die allerletzte Lüge überführt. Und wir können uns dem Thema widmen hier, die Basis-Talk nachlese. Ja, ich habe die, ich habe jetzt nicht jede Sekunde gesichtet, aber ich habe in aller Kürze gesichtet das Video von der Talksendung, wo ich dabei war und wo ich sozusagen als einziger externer Experte nochmal eine der möglichen anderen Seiten formuliert hatte, nämlich wie man den Lobbyismus beenden kann, durch die Einführung, sofort beenden kann von heute auf morgen und den Konzerneinfluss, also die Machtbegrenzung durchführen kann entsprechend von heute auf morgen durch die Einführung der Wohlfühlstimme als neuer Wahlstimme zusammen mit den Verdienstzuschüssen. Ja, und ich habe über unsere Demokratisierungskette als Machtbegrenzungsinstrument gesprochen. Und das scheint man rauszensiert zu haben. Das ist also das Verständnis von Demokratie. Also liebe Partei, die Basis. Wissen Sie, wenn Sie denken, wir wollen ja, dass Sie 5,0 Prozent erreichen und dann vielleicht mit uns zusammenarbeiten oder uns als Experten nutzen und auch noch andere Experten nutzen, aber Sie müssen noch einmal neu nachdenken. Eine Partei ist nicht basisdemokratisch. Ich lese mal vor hier. Es gibt keine Basisdemokratie, wenn der Debattenraum von vornherein auf einseitige Experten oder gar keine beschränkt wird. Wenn die andere Seite wieder nicht gehört wird, ist die Basis eigentlich nichts anderes als die SPD. Dort hört man auch nicht die anderen Seiten. Ja, und wenn der Debattenraum einmal eingeengt ist, dann können Sie so viel scheinbasisdemokratisch intern konsensieren, wie Sie wollen. Denn das Nicht-Basisdemokratische ist ja schon die Entscheidung darüber, welche externen Experten ausgeblendet werden. Es ist schon hochproblematisch, wenn nicht gesucht wird nach allen Varianten, zum Beispiel einer Gesundheitsreform. Wenn man da nicht guckt, wo gibt es in Deutschland, in der Welt, Experten, die dazu Konzepte haben. Und die muss man ja dann der Parteibasis auch vorstellen, und zwar unsensiert. Und noch schlimmer ist es, wenn, wie wir, der Partei immer wieder diese Hilfe anbieten und immer wieder sagen, ja, unsere Professoren haben sich einer simulierten Bundestagswaage gestellt und 56 Prozent erreicht. Also bitte, wir stehen Ihnen zur Verfügung. Wir sind Ihre Fahrkarte für einen großen Erfolg der Partei. Und wenn man dann sozusagen das der Parteibasis verschweigt, dann ist die Basisdemokratie durch diese Machtentscheidung von oben her schon ausgehebelt und es geschieht genau das Gleiche wie überall in der Gesellschaft, nämlich dass die andere Seite, die Experten der anderen Seite ausgeblendet werden, so getan wird, als gäbe es sie nicht. Und danach kann sowohl die Bevölkerung bei Wahlen natürlich nicht mehr realistisch wählen, weil ja ihr Denkraum künstlich eingeengt worden ist und genauso kann dann die Parteibasis, sind die Konsensierungen völlig wertlos, weil ja vorher schon der Debattenraum eingeengt wurde. Ja, und ich habe ja mitgekriegt, also ich war ja in dieser Talksendung und im Chat haben sich mehrere Personen so geäußert, dass sie wohl ein Interesse daran hätten, Sendungen mit den nextscientistsforfuture.de zu machen. Schon auch deren Wille scheint ja eben auch von niemandem aufgegriffen zu werden, sondern ignoriert zu werden. Ich kann daran noch keine Basisdemokratie erkennen. Bitte lernen Sie von dem Konzept der FRAG-Partei, der Freien Argumente-Kultur-Partei, wie wirkliche Basisdemokratie geht. Bis jetzt kann ich noch keine Basisdemokratie erkennen. Alles, was ich sehe, ist eher das Gegenteil von Basisdemokratie. Ja, und ich lese jetzt noch mal hier vor, was ich selbst geschrieben hatte in dem Chat, damit Sie das auch noch mitkriegen. Erst mal hier die Basis, also meine Überschrift, drei Stunden Langeweile ohne neue Ideen. Und dann gehen wir mal weiter hier. Da hatte ich einmal gepostet, zwei Möglichkeiten. Null Experten, weil gefährlich. Doppelpunkt. Zahnärzte plädieren für mehr Geld für Zahnärzte, ist Bock zum Gärtner gemacht. Zahnärzte, die für weniger Geld für Zahnärzte sind, kann man durchaus hören als Experten. Zweite Möglichkeit, Experten bleiben immer extern, damit kein Personenkult entstehen kann, da sie in der Partei nichts zu sagen haben, also letztendlich auch nichts zu entscheiden haben. Außerdem in Klammern weigern sich ja alle Top-Experten, jemals Parteimitglied zu werden. Aus gutem Grunde stellen wir uns vor, die Partei, die Basis würde irgendwann rechtsextrem entgleisen. Dann wäre der Ruf der Top-Experten beschädigt, auf Dauer und für immer, weil sie dann immer wieder in Assoziation gebracht werden mit dieser dann sich rechtsradikal entwickelt habenden Partei. Dieses Risiko geht kein Top-Experte ein. Und solche Top-Experten wie Next Scientists for Future oder Weltrat bestehen natürlich immer auf dem Schlüsselbegriff. Überparteilichkeit, Unabhängigkeit. Keinerlei Annahme von finanziellen Spenden von außen, sodass also eine völlige Wahrheitsorientiertheit und völlige Unabhängigkeit und Unbestechlichkeit gewahrt ist. So, dann hatte ich gepostet, meine Sorge, wenn Sie ganz ohne echte Experten, echte externe Experten in diesem Tempo weitermachen, sind Sie in einer Million Jahren noch bei Adam und Eva. So kann da nichts rauskommen. Externe Experten und Basis konsensiert immer wieder, so geht es zigtausendmal schneller. Also das heißt, diese Grundidee dieser Partei bis jetzt, unsere Gesellschaft investiert Milliardenbeträge in die Erzeugung von wissenschaftlichen Experten und diese einfach mal so eben alle auf den Müll zu schmeißen, weil es natürlich auch Experten gibt, die voll sind von vorteilbringenden Irrtümern und eher in die Irre führen und auch in die Irre beraten. Das bedeutet aber nicht, dass alle Experten schlechte Experten sein müssen. Die Next Scientists for Future sind ja genau das Gegenbeispiel, dass es eben auch wahrheitsorientierte, spitzenwissenschaftliche Experten gibt. Und dann steht hier, gerade eben haben die Personen, die darüber entscheiden, welche Wortmeldung sie ignorieren, die faktische Macht und die auf dem Podium sitzen auch. Er, erst wenn nur der sich melden darf, der ein konkretes Konzept hat, würde eine Diskussion beginnen. So behalten einfach auf Dauer die oben genannten Personen die Macht und sind und bleibt die heimlichen Machthaber. Das langweilt und ich darf meine Zeit dafür nicht mehr lange vergeuden. Ja, also das ist der Hinweis darauf. Ich habe mich hundertmal gemeldet, bin aber nur einmal ganz kurz überhaupt zu Wort kommen gelassen. Ich fürchte, man hat es hinterher rausgeschnitten und zensiert. Ja, also da läuft was, wo ich keine Basisdemokratie erkennen kann. Das ist noch gar keine, das ist noch ganz weit entfernt von ihrer, also die Fragpartei ist genau das Gegenteil. Da ist echte Basisdemokratie. Basisdemokratie. Aber die hat keine Chance, die Wahlen zu gewinnen, ist noch viel zu klein und deswegen müssen wir aufrufen, alle Stimmen auf die Basis, trotz alledem. Und bitte, liebe Basis, werden Sie endlich basisdemokratisch. Sprechen Sie mit der Fragpartei und sprechen Sie mit uns über echte Basisdemokratie. Und auch dieses Element hier, naja, ich gehe gerade mal kurz drauf hier, dieses Element hier, dass man nicht mehr einseitige Wahlprogramme schreibt, sondern hier zum Beispiel ein fünfseitiges Wahlprogramm, schreibt nämlich als Volksentscheid-Wahlprogramm, womit man dem Wähler signalisiert, wir nehmen es ernst mit der Basisdemokratie. Ihr entscheidet, welche dieser Reformkonzepte umgesetzt wird, welcher Vorschlag für euch der beste ist. Und da beginnen wir, da sind wir im Bereich Basisdemokratie. Und jetzt habe ich dann weitergeschrieben, als nächster Post oder so, jetzt gerade hier läuft der Machtakkumulationsprozess. Einige wenige diktieren, wie alles läuft hier. Dennoch werden wir weiter die Basis empfehlen müssen, weil alles andere noch schlechter ist. Bis auf die Fragpartei, aber die ist zu klein. Die Machtbegrenzungskette. Erstens. Ach so, unsere Machtbegrenzungskette habe ich kurz vorgestellt. Bei uns heißt sie auch Demokratisierungskette. Erstens. Volksentscheid-Wahlprogramme. Alle Seiten sammeln. Wähler reduzieren per Volksentscheide die Vielfalt. Zweitens. Wohlfühlstimme und Verdienstzuschüsse. Drittens. Vorwahlen-Mini-Volksentscheide. Viertens. Zudrittens. Parallele tägliche Übungssendungen in reformierten Medien. Fünftens. Vorschlag Sieber. Also das geht auf seine Anregung zurück und ist von uns umgearbeitet worden. Zwischendurch simulierte Volksentscheide, um kurzfristig Bevölkerungswillen zu erfassen. Schade, dass die Basis bisher nur eine Altpartei ist, die von Basis Demokratie und Machtbegrenzung bisher nur redet, aber das Gegenteil tut. Wer den Debattenraum auf bestimmte einseitige Experten begrenzt oder auf gar keine und wieder nicht die anderen Seiten hört, übt Willkürmacht aus und hat die Basis Demokratie schon von vornherein ausgehebelt. Es kann dann nur konsensiert werden über ganz eng beieinander liegende Alternativen und alle anderen Alternativen der anderen Seite werden weder diskutiert noch konsensiert. Das ist gleich eine Scheinbasis Demokratie. Bitte korrigieren. Ja, das war's. Das war's dann. Und also nochmal, liebe Herren und Damen, Sieber, Bhakti, Füllmich, Schiffmann, Könlein, Reuter, Rosen, Fischer, wir distanzieren uns also auf das Gewaltigste von Wir 2020 EU, bei der wir noch nicht mal wissen, ob es sich um eine legale oder um eine illegale Scheinpartei handelt. Und wir distanzieren uns davon voll und rufen jetzt auf, alle die Basis zu unterstützen, auch Dr. Bodo Schiffmann, bitte unterstützen auch Sie jetzt die Basis. Und ja, letztendlich da ist der einzige Weg, und eine Partei, eine Scheinpartei oder Partei, die sich in Diffamierungs-Hetzschriften übt und das sogar vom Vorstand bestätigt wird, ist indiskutabel. Also, ja, und hiermit haben wir alles gemacht. Ich lese nochmal vor. Wir 2020 EU-Verleumdungs- Hetzschrift-Skandal Zeuge entlarvt die Lügen vor Verfassungsschutz, die Basis und dann die Basis-Talk nachlese. Damit haben wir alles behandelt. Tschüssi, bis bald. wir werden Last Fürs Und und Und